Hallo Leute und herzlich willkommen zu Rebatektar und was geht denn bei dir gerade im Hintergrund? Warum? Wird sich so merkwürdig hören. Bei mir ist gar nichts im Hintergrund. Ich brauche jetzt noch nicht mal mehr springen, ich kann über einen Block hohe Dinger einfach so drüber laufen. Das war schon immer bei den Powertools so. Nein, war es nicht. Was musstest du jetzt erstens da dir hin? Ja, das meine ich ja. Ich kann jetzt auch über Zäune laufen und sowas. Das ist ja langweilig. Das ist geil. Das ist ja langweilig. Ach, du hast eine Phobie gegen das Powertool. Ne, gegen das Tool nicht, aber nur gegen die Arme. Warum denn gegen die Arme? Was hast du denn jetzt schon wieder gegen die Arme, Mann? Die kann dich hören. Essens kostet die so viel. Ja, genau. Die kann dich hören. Die kann mich hören. Sie hört dich. Sie hört dich. Das war einfach ein Servo Motor. Servo Motor. Servo Motor. Okay. Okay, dann haben wir den. Und jetzt hier Jump Assist. Mal gucken, wie hoch wir jumpen können. Ja, tun sich aber eigentlich auch nicht. Das können wir mal so ein bisschen einstellen. Brauchen wir aber auch nicht so viel. Okay, dann kommt jetzt mein Jetpack dran. Da brauchen wir vier Iron-Ions Raster für. So. Die sind scheiße teuer. Okay, vier Stück. Das heißt, wieder acht davon. Heilige Scheiße. Wird das toll. Wieso haben wir denn hier nichts drin denn gerade? Das ist doch voll unproduktiv. Ich, 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 ich komme auf diese Geschwindigkeit immer noch nicht so richtig klar. Kürstest du gerade anzugeben? Ja. Ja, ich merk's doch. Ich merk's doch. Ich merk's doch. Ich merk's doch. Du, 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 du. Du brauchst du gar nichts mehr sagen. Oder ich. Oder. Keine Ahnung. Wir. Es. Wir, sie, es, er. Wir, sie. Wir reden einfach gar nicht mehr und stellen die Musik hoch. Okay? Genau. Da muss keiner mehr was sagen. Nein, ist langweilig. Ja. Ist so. Ist echt so. Ist echt so. Ist echt so. Ist echt so. Es ist. Ich hab mir ja schon erzählt, dass wir die Query nochmal aufstellen müssen. Vor allen Dingen ich. Hm. Hm. Welche Dingens von denen ist dieser, die Query braucht doch Strom. Welche davon, von diesen Pipes ist dieser Stromübertrager da Dingens. Äh. Warte. Ich komm mal kurz gucken. Dann kann ich doch eigentlich da den Terraformer anschließen oder nicht? Äh. Ne. Die Query kriegt da einen anderen Strom als der Terraformer. Der Terraformer kriegt EU und die Query kriegt NJ. Oh Gott. Wir könnten allerdings hier noch einen Energy Switch dran schließen. Äh. Äh. Und. Damit dann wieder deswegen. Gibt es bei diesen Pipes auch Übertrager? Was? Bei diesen Pipes. Was? Ja. Mit dem Strom. Ja. Gibt es da EU-Übertrager? Nein. Aber ich könnte hier wieder einen EU-Wandler anschließen, damit hier wieder EU rauskommt. Das könnte ich machen. Achso. Ja. Den kannst du ihn gleich da hinten irgendwie, hinten basteln. Wo denn? An den Terraformer. Wo ist denn der Terraformer? Der Terraformer ist jetzt, der ist im System jetzt. Achso. Na, warte mal. Wir brauchen das hier. Dann die beiden. Und dann baue ich mal kurz noch was. Dann hole ich schon mal den Former und so. Schön halt. Ja, wie gesagt, ich muss aber kurz noch was bauen. Wir müssen den Terraformer... Na ja, dann legen wir eben mal hier hin. Das ist schon mal ganz gut. Alter, wie viele Eier hier liegen? Junge. Pass mal auf deine Eier auf. Ja, ich habe meine immer im Griff. Aha. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Echt jetzt? Oder wollte ich das? Ich weiß es gar nicht. Ich bin verwirrt. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Stored. Der, der schreit jetzt. Was? Irgendwie sieht Hangmans Haus so abgelegen aus. Mit der Erde am... IC2 MV Producer. Habe ich hier noch so Wandlerkabel? Ja, habe ich. Und... Ein bisschen Gold brauchen wir da noch. Na, da muss ich wieder meine Ducksack für uns, aber der ist momentan ausgelastet. Ah ne, gleich nicht mehr. Okay. Wie viel Gold ich gerade einfach mal brauche und Eisen und verbrat alles so. Rücksichtslos. Einfach nur rücksichtslos. Weil du es kannst. Energy Bridge. Aber das war ja easy hier. So, ganz klar, Mensch. Sie werden gleich verbunden. Ihre Telekom. Wo du die Telekom hörst, dann wirst du wieder wach aufsagen. Wach aufsagen. Steht doch nicht mehr an. Hä? Ich rufe die gleich an. Telekom. Habe ich lieber kein Internet mehr als Telekom Internet. Ja. Obwohl ich sagen muss, der Telekom Kundenservice ist schon einer der Besten. Naja. Weil die wissen, dass da oft Leute anrufen, weil alles im Arsch ist. Man stellt sich doch einfach nur drauf ein. Die haben mehr am Telefon... Warte, warte. Warte, die haben mehr Leute am Telefon als irgendwie Server-Techniker oder so. Ist echt so. War wirklich mein Arsch, du. So können wir uns natürlich auch machen. So, MV Producer. Und dann brauchen wir... noch einen BC... Consumer. Da brauchen wir eine Sterling-Engine. Ich muss einen Kobel-Stone behalten. Naja, nicht viel. Aber... geht. Okay. Zwei Pistons noch. Ah ja, was man so braucht. Aber da reicht das glaube ich nicht hier mit dem Kobel-Stone. Ne. Okay. Aber wir haben ja noch ein bisschen was im System. Ich muss mich verarschen. Ganz knapp. Wir haben noch genug. Äh... 1, 2, 3... Aha. So... Oh, wir haben hier nur 200.000. Dann müssen wir ja demnächst ein bisschen sparsam sein. Ja. Dann mal zu. So. Fips, du darfst nicht immer so viel verbrauchen. Wir müssen doch sparen. Ein Kobel-Stone. Okay, okay. Ich reiß mich ja schon zusammen. Nein. So. Sterling-Engine. Und was brauchen wir da noch? Noch mehr Gold. Wir haben zwar auch mit Gold heute. So. Ja. Wir haben einen BC-Consumer, einen Energy-Bridge und einen MV-Producer. Wollen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. Ähm, ist hier eigentlich den ganzen Tag nacht? Oder kriege ich das einfach noch nicht mit, wenn ich in meinem Bunker hocke? Du kriegst es nicht mit, wenn du in deinem Bunker hockst. So, wo sind wir denn hier? Äh, äh, wo bist du denn? Hier. Wo? Hä? Ah, da. Hast du den Dingens? Hast du den Dingens? Den heiligen Dingens? Den machst du hier unten rein. Warte mal, ne, das ist zu... Was? Das ist zu wenig. Machen wir mal hier hin. Unten hier rein, da in das Loch. In das Loch? In das Loch. Über dem Wasser? Über dem Wasser. Sicher? Ja. Weil sonst baut er hier oben eine Schicht drüber und das will wir ja nicht. So. Jetzt machst du das Loch hier zu. Ich hab keine Erde mehr. Das ist mir auch egal. Warte, ich will neben welche. So, funktioniert das jetzt? Achso, unten ist ja nicht angeschlossen. Unten ist ja nicht angeschlossen. Das kann ja nicht funktionieren. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Hast du noch ein Hähnchen? Einen Chicken? Äh... Ja. Ich bin aber... Wackert unten bei mir. Also in dem System! Lolololol, Creeper. Ne Waffe bräuchte ich ja auch nochmal auf meinem Powertool. Find mir was auf. Fällt dir aber früher. Wo ist eigentlich mein Powertool hin? Ohhhh... Ist weg. Äh... Lololol, mein Powertool ist weg? Im Dingens ist das. Da hast du wahrscheinlich deins reingeklamm. Nein, das ist deins. Ich hatte keins. Ich habe mir nur die Rüstung gemacht. Dann nehme ich das jetzt. Pfff. Ist mir egal. Ist schon zu spät. Ist ein Problem. Hast du das jetzt re... Wo wird das denn? Ja. Hast du die Erde Requested? Ich habe Erde Requested und äh... Das Power to Low. Nein! Creeper. Boah. Boah. Gib mir mal das Cre... Gib mir mal das Creeper Tool. Gib mir mal das Power Tool. Das Creeper Tool. Ja. Ich bin mir ja nicht sicher... Wo meins ist jetzt? Da ist aber nichts drauf. Wie? Da ist nichts drauf. Ja, guck's mal an. Da ist nichts drauf. Guck mal her. Ja. Ja, doch. Das ist meins. Ja. Ja. So. Was machen wir denn da drauf? Eine Railgun. Melee Assist. Oder eine Plasmakanone. Ich glaube eine Plasmakanone. Ah, fuck Kapazitur und Phosphate Emitter. Ja, super. Ist überhaupt nicht teuer. Da reiht sich nicht das Geld zu. Haben wir jetzt Chicken im System? Nein, dann bin ich. Nö. Ich könnte aber gleich mal wieder welche schlachten. Na, hast du jetzt noch welches? Weil ich kann nicht mehr rennen. Ja, zuhause habe ich... Beim Dingens... Vorher habe ich welches. Ich muss mal hochkommen hier. Warte. Oh, ich muss mir ein anderes Ding machen. Das regt mich grad irgendwie auf. Hier ist ja was. Äh... Aber eigentlich auch nur Scheiße. Naja, Karotten mindestens was. Den Autofeeder wollte ich auch noch installieren. Ich vergesse das alles. So. Jetzt aber. Hier. Was ist da los? Jetpack. Nein, das hast du mal. Wie viele Minuten haben wir denn? 13. Ah, okay. Huch. Jetzt habe ich mein Minecraft Fenster zu klein gemacht. Hilfe. Okay. Äh... Advanced Circuit. Den können wir ja eigentlich auch schon mal machen. 1, 2, 3, 4. Kannst du eigentlich sein? Deine Amor hat ein bisschen Nachteil. Du verlierst mehr Essen als ich. Nein. Doch. Ich habe nämlich noch meine 5, äh... Gebratene Fleisch vom letzten Mal. Ja, ich renne ja auch mehr rum. Minion. Na, das glaube ich nicht. Ich bin die ganze Zeit draußen und baue Erde. Minion. Keine Ahnung. Dafür hat man ja aber später auch einen Autofeeder. Da braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Ich brauche dir 8, äh... Ja, ich brauche... Ja, ich packe dir 8 Cockets in den Dingens. In den Dingens. In die Küste. Hm. So, das sind 4 von den... Hast du den LV, äh, den Dingens jetzt angeschlossen? Den... Äh... Nein gleich. Mach ich gleich. Warte. Ich baue gerade noch an dem Dingens rum. So, Lenaut, brauchen wir ja auch noch wie viel. Äh... Äh... Kiste... Und... Pipe. Golden... Waterproof Pipe. Golden Transport Pipe. Stone Conductive Pipe. So, ich schließe die jetzt mal an. Und dann guckst du mal, ob da was... Äh... Kommt da was an? Äh... Nö. Hä, wieso denn nicht? Sag mir mal die... Wenn du auf die Pump... Wenn du auf die... Diese bunte Pipe klickst. Also die Face... Äh... Sag mir mal die Frequenz. Gar keine. Null. Null. Null funktioniert ja nicht. Hätte man mal früher dran denken können. So... Halt. Stopp. Hier komm ich. So... Hier komm ich. Ah... Frequenz... Ding Sunshine... Wieso kann ich denn die Pipes nicht changen auch waren? Warum falle ich denn hier rein? Ist meine Pipe jetzt verloren gegangen? Natürlich. Jetzt liegt die auch... Scheiße. Oder? Ne, jetzt hab ich sie... Hast du sie... Hast du sie gehabt eben? Äh... Ich hab keine. Ja, ich hab sie... Hä, lol. Kommt die denn jetzt... Und wieso komm ich denn hier nicht raus, man? Ohne sch... Ich komm hier nicht raus. Ohne Scheiß jetzt. Hast du sie nach unten gefallen oder hast du sie? Ich hab sie. Achso. Ich hab... Keinen Ton mehr. What the fuck? Ja... End of... Stream? Ja, du hängst bei mir die ganze Zeit auch im Loch fest. Ja, what the fuck, man? Was ist denn jetzt los hier? Warte, geh mal kurz aus dem Weg. Ich baue dir da einen Weg. Geh kurz weg. Hallo? Na, ich versuch doch grad was, man. Geh doch mal kurz weg. Mann, Mann, Mann. Lol. Frequenz... 50. So. Jetzt geht's wieder zurück. Ich laufe jetzt, Gott sei Dank, schon mal schneller. Ah. Gott, das will ne. Oh. So, jetzt pass auf hier. Frequenz... Frequenz... Ach. Scheiße. Schnell wieder hoch. Schnell wieder hoch. Ah. Vorsicht. Warte, ich hole mal springen ja einfach. Send and receive. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Da ist doch ein Auto. Achso, jetzt funktioniert es. Und wieso kommen da nur 25 EU an? Oh, da brauchen wir wieder golden conductive pipes. So eine Scheiße. Was machst du denn? Was mach ich? Heißt... Was? Das ist der Scheiß. Hier alles. Ja, ist klar. Schieb es immer auf die anderen. Einfach auf, ja? Einfach auf. Ich glaube, du einfach ein Kabel hochlegst, Mann. Nein, dann muss es ganz kompliziert sein. Das ist zu anstrengend, ja. Ich glaube, man einfach ein verkacktes Kabel hinlegt, Mann. Ich kann auch meine Solarpläne machen können. Ja, nee. Da warten wir ja noch länger. Komm, jetzt fließt er durch, du Scheiß-Strom. Mann. Kann nicht so schwierig sein. Schnauze hier. So. Funktioniert das jetzt? Wieso funktioniert das denn nicht? Wieso staut sich denn hier die Energie? Hallo? Weiß ich nicht. Mann, Mann, Mann. Weil hier nichts ankommt. Also nicht mehr, glaube ich. Hier ist ein blauer Balken durchgelaufen. Ja, hier kommt nichts mehr an. Hier staut sich die Energie. Aber es fließt nichts weiter. Aber warum auch immer? Weil hier nichts ankommt. Das kann ich mir jetzt nicht unbedingt erklären, aber okay. Ja, dann wird es halt nichts mehr Terraformer. Dann musst du gleich helfen. Habt ihr mich verarscht? Hallo, da fließt doch was raus. Wo denn? Oder hast du hier... Nein. Ach, Fips. Du musst da noch ein Modul drauf machen. Ja, warum sagst du mir das nicht? Ja, das weiß man doch. Nein. Doch. Weißt du, wie viel Ticket ich kann? Ja, das ist ja das Schlimme. Ja, siehst du? Ich versuch's jetzt mal mit dem Messfabrikator. Weißt du? Schließe ich jetzt mal da an. Und dann, gucken wir mal, ob da vielleicht Strom durchfließen könnte. Schubidu. Du musst... Du hast doch das Ding mit so einem Modul gecraftet. Nein, ja. So, jetzt schauen wir mal an. Da fließt auf einmal EU durch. Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Guck dir mal das Rezept an. Terraformer. Und da ist oben so ein TFBP Empty drauf. Was meinst du? Ja, was ist damit? Da... So ein Ding musst du nochmal craften. TFBP. TFBP. Ja, mach ich eben. Deserfication, Flatification, Mushroom, Irrigation, Cultivation. Mach Flatification. Was Flatification? TFBP Flatification. Gib' ne Suchleiste ein. Wieso fließt da verdammt nochmal keine Energie durch? Da krieg ich Plack, Junge. Da krieg ich Plack. Oh, es fließt Strom durch. Wer hätte das gedacht? Yay. Ich? Ach du. Du hast alles versaut. Ich hab alles versaut. Mit meinem Unwissen. Ist so. So, mach jetzt noch ne goldenen Ding ins Dran. Hab es können. Jetzt kommt hier Wasser rein. Ich hab was wissen, wer der war, wo ist. Hafti Abi. Ist, äh, ist der im Landbohr und Fahrersitz. So. Energie funktioniert, Bitch. Wenn jetzt noch was ist, leck mich. Ion. Das hasst er. So, vielleicht krieg ich ja jetzt endlich mal hin, mein Jetpack zu bauen. Wer weiß. Nein. Wunder gibt es immer wieder. Ja. Ich hab schon so nen Schaden. Ja, das hast du. Das sieht alles an dir. Ja. Ja, ganz genau. Was soll ich damit jetzt waschen? Okay, dann will ich das erzählen. Was? Hast du jetzt diesen TFGP? Ja, 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 ja. Den legst du, ich komm nochmal hoch, warte. Und gehst dort, guck nochmal, ob da alles richtig warst. Das sollte abbleiben können. Habtab da. Warshop haste so nur Recycling funktioniert, oder? Ist nur testweise. Oh schon. Jetzt komm ich hier wieder nicht raus, Mann. Doch. Schubidup díasi. Daran muss ich loskennen. Einfach oben draufklicken. So, wie viel kommen raus? 128 EU Yep, funktioniert Ist halt nur 128 EU Ist jetzt nicht viel, aber Es reicht, um Dir so ein bisschen zu helfen Also wie gesagt, es ist ganz minimal, was der macht Okay Aber wenn wir Wie gesagt warten und vom Server gehen Und so, dann macht der hier auch noch ein bisschen mit Also, und ich kann der ja auch noch Helfen, wenn ich gleich fertig bin Mit meinem Jetpack Dann kann ich dir ja auch noch helfen Aber erstmal muss mein Jetpack fertig sein Und irgendwie habe ich das Gefühl, das dauert immer länger Wegen ominosen Gründen Wir haben hier 25 Minuten Wir machen jetzt nochmal eine kleine Aufnahmpause Und dann können wir nochmal zwei folgenden nochmal machen Und dann haben wir hier alles geschafft Bis zum übern Urlaub Bis zum übern Urlaub, ne? Weißt du? Alles klar, das weißt du Ja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei TechTown Macht's gut, haut rein Auf Wiedersehen Tschüss Säge